In diesem Video geht es um die neuen Kulanzangebote von der Lufthansa an ihre Viehflieger. Also wer bei Lufthansa, Miles & More sammelt, bei Austrian Swiss und so weiter, wird überrascht sein. Gleibt da diesem Video dabei, denn es wird zusätzliche Statusmeilen geben und nicht nur Statusmeilen, sondern auch Umsätze für die Kreditkarte. In diesem Video erzähle ich euch alle relevanten Details dazu. Mein Name ist Lars Korsten und meine Aufgabe ist es euch, mehr Meilen, mehr Status und mehr Punkte zu bringen, egal in welcher Reihenfolge. Als selber Meilen-Affiziando habe ich mich echt gefreut, als ich diese Pressebeteiligung heute Morgen gefunden habe. Und wie heißt es so schön bei Kurt Krömer, was hat uns die Katze vor die Tür gelegt? Ich sage euch einfach eins, liked dieses Video, denn es ist nur zum Liken, was wir heute in diesem Video erklären werden. Also, die Lufthansa hat sich ihrer Viehflieger angenommen und hat zusätzliche Statusmeilen versprochen. Das ist ganz toll, denn Miles & More Teilnehmer sammeln ganz automatisch doppelte Statusmeilen für Flügen. Ganz genau, also für jeden Flug, den ihr dieses Jahr in 2021 macht, bekommt ihr doppelte Statusmeilen. Statuskunden sammeln mit Flügen in der First- und Business Class erstmals auch doppelte Horn Circle Meilen. Ganz genau, also der Horn Circle ist mit 300.000 Meilen erreichbar, anstatt 600.000 Meilen in diesem Jahr. Und zusätzlich gibt es etwas, was ich noch nie bei der Lufthansa gesehen habe, dass Frequent-Traveler und Senatoren erstmals auch Statusmeilen mit dem Einsatz ihrer Miles & More Kreditkarte machen können. Für Horn Circle gilt es leider nicht. Die Lufthansa Group möchte ihren treuesten Kunden in diesen Zeiten frühzeitig Sicherheit bringen. So fängt es an in der Mitteilung der Presse oder an die Presse von der Lufthansa. Und für Viehflieger ist es bei dem geringen Flugangebot aktuell nicht leicht, ihren Status zu erhalten oder sich dafür zu qualifizieren. Mit den weitreichenden und einmaligen Kulanzregelungen erleichtert die Lufthansa Group dies nun deutlich. Ganz genau, also diese Status- und Horn Circle Meilen werden wirklich unabhängig von der Buchungsklasse automatisch verdoppelt. Ihr braucht euch nicht anmelden. Da seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Und das gilt auch rückwirkend für alle Flüge, die seit dem 01.01.2020 gemacht worden sind. Die Frequent-Traveler und Senatoren, also die, die den Status jetzt schon haben und die Miles & More Kreditkarte benutzen, ist egal, wo ihr die Kreditkarte habt. Heißt also, ob ihr in Deutschland eine habt, in der Schweiz eine habt, ob ihr die in Österreich habt. Also für alle Märkte, da wird es auch eine Seite geben, wo man sieht, wie das aussieht und wie dieses Angebot funktioniert. Hat dieses Kulanzangebot für 2020, 2021 aufgelegt. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, das ist so toll. Und Joost Grewe, das ist der Head of Loyalty and Customer Insight von der Lufthansa Group, also der, der das Programm verantwortet, sagt, als Zitat, Wir fliegen derzeit auf Sicht und Wissen um die schwierige Lage in der Corona-Pandemie auf unsere Kunden. Wie sich die Möglichkeiten des Reisens in diesem Jahr entwickeln werden, können wir leider nicht voraussagen. Deshalb schaffen wir für unsere treuesten Kunden Verlässlichkeit, indem wir den Erhalt und das Reichen des Vielfliegerstatus deutlich erleichtern. Also es ist absolut toll, also ich kann es nicht nochmal mehr wiederholen, weil es ist wirklich so toll, die doppelten Status-Mine und vor allem auch die doppelten Horn-Mine für Flüge zu sammeln. Und das Kulanzangebot für die Frequent-Traveler und Senatoren, dass die Punkte wirklich verdoppelt werden. Also dass man erstmals auch als Status-Kunde die doppelten Horn-Mine für First, für Business-Class-Flüge, also für Economy-Class gibt es keine Horn-Mine. Das ist ganz klar, also nochmal als Hinweis für euch. Und dass das jetzt auch wirklich automatisiert erfolgt seit dem 01.01.2021, wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Lufthansa ist ja bekannt für die weltbeste IT. Die kokettieren ja mittlerweile auch schon damit, dass sie die weltbeste IT haben. Und was auch wirklich toll ist, dass keine Registrierung notwendig ist. Und es gilt wirklich auf allen Flügen der Lufthansa Group mit den Horn-Zirke-Minen. Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Private Jet von Lufthansa, Eurowings, Brussels, Air Dolomiti und Edelweiß. Und es gilt wirklich auch auf den Partner-Airlines von Croatia Airlines, Luxair und Lotpolish Airlines, auf denen Status-Minen und Horn-Zirke-Minen vergeben werden. Und jetzt kommt das Thema, wo ihr euch wahrscheinlich auch nochmal freuen wird. Jeder, der eine Kreditkarte hat. Wer also keine Kreditkarte hat, aber schon Frequent Traveler und Senator ist, kann jetzt sich auch noch eine Karte holen und kann auch noch partizipieren. Aber ihr müsst jetzt wirklich schon Frequent Traveler und Senator sein. Also wer sich jetzt erst qualifiziert, ich sage es nochmal, geht leider nicht. Heißt, können außerhalb des Fliegens Statusmeilen sammeln. Ja, hey, mit der Kreditkarte Statusmeilen sammeln, wie geil ist das denn? Also für jeden mit der Miles & More Kreditkarte ausgegebenen Euro gibt es zwei Statusmeilen für die Statusverlängerung oder das Upgrade zum Senator angerechnet. Lufthansa selber sagt, als Zitat wieder, Mit diesem attraktiven Zusatzangebot werten wir die Miles & More Kreditkarte für unsere loyalsten Kunden deutlich auf und sprechen ihnen zusätzlich unsere Wertschätzung für ihre anhaltende Treue aus. Durch den Einsatz der Karte im täglichen Leben und der damit verbundenen Möglichkeit, in diesem Jahr über die Fliegerei hinaus Statusmeilen zu sammeln, bieten wir einen einmaligen Vorteil und sind damit absoluter Vorbereiter. Das sagt Sebastian Riedle, der ist Geschäftsführer der Miles & More GmbH. Und was ganz toll ist, ist auch noch, es gibt 5000 Statusmeilen gutgeschrieben. 5000. Also für jeden, der eine Frequent Traveler oder eine Senatorkarte hat, der also ein Inhaber der Miles & More Kreditkarte ist, er bekommt einmalig 5000 Punkte. Gleiches gilt für eine erfolgreiche Neubeantragung im Aktionszeitraum. Also wichtig, wie ich gesagt habe, also wenn ihr die Karte jetzt euch noch holt, ey, es ist kein Hopfenmeiß verloren, ihr kriegt die Punkte. Die Statusmeilen werden automatisch im Meilenkonto angezeigt. Der Maximalwert, also die Kappungsgrenze ist 30.000 Statusmeilen, ist natürlich etwas problematisch für die, die sagten, hey, ich kann mir einen Frequent Traveler einfach so erkaufen. Geht nicht, ihr müsst noch einmal fliegen, ihr müsst in die Maschine einsteigen. 5000, komm, 5000 Meilen ist irgendwie so ein Business Class Flug hin und her, 2000 Meilen hin, dann 2000 zurück und dann noch ein bisschen. Also insofern, das sollte ja kein Problem sein. Natürlich, was ganz wichtig ist, für die Statusmeilen, die über die Miles & More Kreditkarte gesammelt werden, werden keine Selectmeilen vergeben. Das ist also auch ganz wichtig, da gibt es keine Preise. 2020, und das soll noch mal euch erzählt werden, weil ihr sagt, hey, der Horn Circle ist da so ein bisschen benachteiligt. Nein, das glaube ich nicht, weil der Horn hat auch was ganz Besonderes bekommen. Bereits 2020 hatte die Lufthansa Group Kulanzregelung für Miles & More Status Kunden angeboten. So wurde Ende des Jahres bereits bekannt gegeben, dass die gesammelten Horn Circle Meilen aus dem Kalenderjahr 2019 nochmals gut geschrieben und in 2020 sowie in 2021 für die neunte Requalifikation angerechnet werden. Heißt also im Prinzip, das, was ihr als Horn Circle schon erflogen seid in 2019, habt ihr in 2020 bekommen, habt ihr jetzt noch mal in 2021 bekommen. Ich hoffe, ihr habt da viele Meilen gesammelt. Vielleicht habt ihr damit die Qualifikation schon durch für die zwei Jahre. Ich weiß es nicht, aber wäre doch toll. Die Lufthansa Group ist gemeinsam mit Miles & More als Europas führendes Viehflieger- und Prämienprogramm das erste Unternehmen, das seinen Statuskunden Kulanzregelung in diesem Ausmaß anbietet. Das ist noch mal ein Zitat aus dem Schreiben von der Lufthansa, was Kurt Krömersteil uns vor die Tür von der Katze gelegt wurde. Ich finde es ein tolles Angebot. Ich finde es geil. Natürlich werden wir Probleme haben zu fliegen. Wir wissen es alle nicht. Aber hey, den Senator für 50.000 Meilen erfliegen, das ist doch echt super. Und wenn er eine Kreditkarte hat, der kann 30.000 Statusmeilen damit schon haben. braucht also noch 70.000, muss die Hälfte davon haben. Nach Adam Riese sind das dann 35.000. Ey, also 35.000 erflogen oder 50.000. Also Leute, top, 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 top. Also da kann man wirklich bei der Lufthansa nicht meckern, mosern oder sich in irgendeiner Art und Weise beschweren. Es hat lange gedauert, ganz klar, aber am Ende wurde alles gut und ich habe euch das versprochen. Danke, dass ihr beim Frequent Traveller TV dabei seid. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu machen für diese tolle News. Wer den Daumen nach unten machen will, hey, okay, so do it. Aber sag mir warum, damit ich lernen kann. Und ansonsten wie immer die Glocke anschalten, subscriben, ihr wisst ja, das Spiel. Also, bei Fragen, Sorgen, Instanöten könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.